Das ist eine gute Frage. Ich hoffe einfach, dass ich bald wieder in die USA kann zum Trainieren, zu meinem Coach, zu meiner Trainingsgruppe in der Nähe von Orlando. Das ist eigentlich schwierig, weil ich immer so das höre, was aktuell in den Charts ist. Mir fällt leider jetzt gerade kein Liedname ein, so spontan. Da musste ich erst einmal nachgucken, was mich da so gerade pusht. Aber ich glaube, ein Lied, was ich sagen könnte, wäre Roses. Aber ich weiß nicht, von wem das ist. Hab ich nicht. Ich bin noch nie Fangirl gewesen von irgendjemandem. Weiß ich nicht. Das ist einfach nicht meins.